die entscheidung rückt immer näher und damit herzlich willkommen zu 914 den rohstoff tages und gleichzeitig wochenausgabe der formation steller am freitag dem 9 januar 2014 und wenn sie sagen was entscheidung gold silber klut wo nein weltfußballer des jahres ich persönlich warte ja immer noch darauf dass ollie kahn weltfußballer des jahres wird ich glaube das wird aber nichts mehr nein im ernst ich wäre dafür dass man es umbenennt wie die amis dass man sagt man wiegt den wertvollsten spieler des jahres und da gibt es nur eine person die in frage kommt das ist manuel neuer ich bin gespannt montag für die entscheidung fallen bei den edelmetallen dauert noch ein bisschen mit der entscheidungsfindung wir schauen erst mal auf die rohstoffliste und gas plus ein prozent gold plus 0,6 prozent palladium plus 0,5 platin plus 0,4 silber plus 0,2 das heißt die edelmetalle im grünen bereich und bis auf gas sind hier ja ja die energiewerte unterdruck kut minus 2,5 ergo gasolin minus 2,8 und brennt zack hat um schon wieder 49 dollar glaubt man es oder nicht aktuell mit den wie gesagt minus 3,26 prozent wir schauen auf gold ich hätte ihnen gestern bei gold gesagt hat dass wir hier zwei mögliche konkurrierende formationen haben und zwar zum einen möglicherweise eine bärische keil formation die ich aber hier gar nicht richtig lange zeichnen und stehen lassen will auf der einen seite auf der anderen seite ist aber auch so dass wir eine sehr dynamische bewegung nach oben gemacht haben relative stärke zeigen und dass ich noch keine bullen flagge hier einzeichnen möchte aber wenn die formation sauber genug ist könnte das hier durchaus eine bullen flagge werden und wir lösen diese bullen flagge bullisch auf und haben auch potenzial eine fortsetzung zu machen ganz entscheidend dabei ist das sollte ich ihnen vielleicht noch sagen aktuell ist es 18 und mitteleuropäischer zeit das heißt es ist noch nicht handelsschluss aber für mich zeitlich weil dieses wochenende sehr viel ansteht ist das jetzt gerade ein sehr guter zeitpunkt die ausgabe zu machen und wir kommen ja jetzt so in den mittagshandel und nachmittagshandel in den usa und dann sollte auch die volatilität hier zunächst einmal zurückgehen gold hat folgendes gemacht die bullen flagge jetzt bullisch aufgelöst die entscheidende frage ist aber nur schafft es der goldpreis das was der von hier nach moment so von hier nach hier gemacht hat als hauptbewegung und hier mit einer konsolidierung noch mal zu wiederholen zum beispiel zu 80 prozent zum beispiel zu 100 prozent dann hätten wir hier eine sehr starke bewegung gemacht und würden zum beispiel in richtung 12 60 laufen falls aber der markt das nicht schafft sondern eine kleinere bullische bewegung nach oben macht zum beispiel bis zu dieser logischen widerstandszone dann haben wir hier eine große hauptbewegung haben wir eine kleinere hauptbewegung und dann hätten wir tatsächlich unsere bärische keilformation wie dem auch sei eines ist ganz sicher der markt hat hier im bereich 12 30 durchaus widerstände über die stunde wenn wir die beiden letzten wirklich signifikanten hochpunkte miteinander verbinden wenn wir das auf vier stunden chart basis uns anschauen da haben wir hier dieses hoch von oktober 2014 dann haben wir hier das hoch von dezember 2014 dann ist hier der widerstand auch so um 12 28 ebenfalls ein widerstand von unten kommen von oben kommen haben wir hier relativ viel widerstand und man muss sich darüber im klaren sein wenn der markt also diese high base formation bullisch auflöst und nach oben läuft sieht man auch sehr schön über den tag dass diese widerstandszone sogar noch von weiter zurück über den tag kommt nämlich seit juli da war sie nämlich unterstützung unterstützung würde zum widerstand widerstand und das wäre wieder potenzieller widerstand und auch die nacken linie einer möglichen inversen schulterkopf schulter formation die nicht so sauber ausgebildet ist es bleibt bei der gleichen aussage falls der markt es schafft nicht nur ein bisschen nach oben zu laufen sondern tatsächlich die kraft hat über diese widerstandszone im bereich von 12 30 drüber zu gehen dann hat er noch mal potenzial ein drauf zu setzen 15 dollar das wäre dann aber für trader im kleinen zeitfenster interessant nicht im größeren zeitfenster also das könnte man dann über den vier stunden chart zum beispiel daten das kann man über den eher über den stunden chart daten nicht ein swing trader kein gute chancen risiko verhältnis weil er genau in diesen widerstand rein treten danach horizontaler widerstand zu 45 fallende 200 tage in den bereich von 2 54 was ich ihnen damit sagen will ist in die widerstände rein wollen wir nicht reden deutlich wahrscheinlicher ist dass der markt hier irgendwo widerstand findet falls er ausbricht und dann noch einmal eine gegenbewegung macht dann deutlich bessere chancen risiko verhältnis dann wissen wir wie volumen mit welcher stärke wir wissen deutlich mehr über die marktpsychologie und dann können wir darüber nachdenken ob wir hier uns eine position auf der bullischen seite aufbauen wollen oder nicht falls aber der markt ist nicht schafft hier durchzugehen und diese mögliche keil formation greift oder das dreieck was ich ihnen gerade über den vier stunden statt gezeigt habe greifen sollte und der markt wieder zurückkommt in richtung 1890 zum beispiel dann kommen wir in richtung einer sehr großen unterstützungszone und falls er dann hier in dieser bewegung wieder eine trend umkehr bildet dann wäre das auch wiederum interessant das mit einem engen stopp zu traden und zu sagen okay gucken wir mal bis wohin er geht wir können über die kleineren zeiteinheiten unser stop loss anpassen und schauen was der markt hier auf dem weg nach oben machen kann es ist nach wie vor hier bei gold geduld gefragt wenn wir uns silber ansehen silber ähnlicher schnack wie gesagt es ist ein doppelboden dass die nacken linie wie testen die nacken linie wir finden unterstützung im bereich der nacken linie und haben potenzial hier diese seitwärts bewegung nach oben aufzulösen wenn ich ihnen das mal über den stunden chart ich musste nur noch mal kurz raus graben zeigen darf hier sieht man die seitwärts bewegung und der markt hat durchaus potenzial das hier bullisch aufzulösen nach oben zu laufen in richtung 1670 in richtung 1690 allerdings läuft der markt in den widerstand in eine horizontale widerstandszone hier unterstützung hier kurz drüber gegangen aber dann massiv wieder abverkauft worden das ist hier im bereich von 1683 horizontal wie gesagt die 1720 und bitte vergessen sie nicht wir haben über die woche die 1695 meter fallenden 20 wochen linie das heißt das was hier potenziell bullisch aufgelöst werden würde liefe in eine widerstandszone hinein und falls der markt zurück käme der hätte hier schon im bereich von 16 dollar die erste unterstützung und dann große unterstützung im bereich von 1570 mitten in einer trendlosen phase mitten in einer formation gibt es gerade für uns keinen handlungsbedarf wenn man sich kupfer anschaut kupfer hat hier eine fallende unterstützende linie bärisch aufgelöst macht hier eine art low base formation ist überverkauft es ist nicht so dass k und d linie sich umeinander schlingen und was sehr bärisches anzeigen falls der markt noch einmal nach oben läuft hier in richtung 281 hier in richtung 283 dann hat man wieder ein gutes chancen risikoverhältnis wenn er hier scheitert tieferes tief macht dass man dann hier runter trainieren kann zumal man sagen muss die woche sieht schwach aus die woche zeigt keine unterstützung überhaupt keine unterstützung von den indikatoren oszillatoren man sieht auch hier wie diese trendlinie bärisch aufgelöst worden ist und der markt hat entsprechend potenzial weiter etwas nach unten zu machen was ist eigentlich wenn er einfach diese unterstützung bärisch auf gibt und nach unten läuft kann man das jaden jein weil der markt entsprechend überverkauft ist bietet er auch hier kein gutes chancen risikoverhältnis um auf tagesbasis etwas nach unten zu machen chancen risikoverhältnis viel besser wenn er nach oben läuft nochmal 231 283 dann wäre es interessanter wenn der diese keil formation achtung nach unten auf löst nach oben gerade der gesamte markt viel zu schwach dann kann man das jaden aber das müsste man über den stunden chart in richtung 270 jaden es wäre wirklich ein jade über die kleinere zeiteinheit was man vielleicht am montag am dienstag machen kann ich persönlich habe nächste woche so viel um die ohren dass ich das nicht so interessant finden würde interessanter wäre es wie gesagt wenn der markt nochmal nach oben käme und man ein besseres chancen risikoverhältnis hat um das auf der bullischen seite zu traden wenn ich ihnen noch bei den minen werte die ich ihnen zuletzt vorgestellt habe noch mal zeigen darf wir hatten ihnen gezeigt nico igel mein da war hier ein doppelboden das war die nacken linie aber noch wichtiger hier diese horizontale unterstützung hält bei uns kommt zurück mit einer offenen kurstücke der ausbruch nach unten kommt zurück ist widerstand hier geht er durch mit volumen und was mir gut gefällt ist dass der markt jetzt hier seitwärts konsolidiert in dieser konsolidierung geht das volumen zurück und der markt hat potenzial eine fortsetzung zu machen in richtung 30 80 möglicherweise in richtung der 200 tagen hier bei 31 67 ist eine fortsetzung wahrscheinlicher wir hatten uns über unsere trägerliste für new gold entschieden aus folgendem grund weil der markt hier ebenfalls eine horizontale widerstandszone hatte ehemals unterstützung hier ebenfalls gekämpft abverkauft worden da sieht man so schön widerstand und nochmal widerstand und dann wirklich mit volumen hier diesen ausbruch gemacht nach hier in dieser bewegung hatten wir volumen gehabt und als dieser ausbruch kam hatten wir darauf gesetzt dass der markt hier in dieser zone unterstützung findet an unsere erste position etwas weiter oben aufgebaut nachdem diese kerze zustande kam war es ganz wichtig dass der markt dann oberhalb dieser zone es schafft zu verbleiben allerdings folgendes mir dann aufgefallen dass hier der markt eine aufsteigende trendlinie hat und wenn man diese aufsteigende trendlinie kopiert dann kann es sein und das war in dem augenblick als der ausbruch zustande kam so gar nicht zu sehen konnte es aber sein dass der markt hier verzeihen sie so machen wir das doch einen trendkanal bildet und falls er das gemacht hat dann wäre es nicht hilfreich dass man dann noch eine zweite position hier aufbaut weil man zu hoch in anführungszeichen in diesem trendkanal eingestiegen ist deswegen wollte ich gerne abwarten ob der markt es schafft bei tageschlusskurs hier in dieser zone zu schließen oder nicht und nachdem er das dann nicht geschafft hatte haben wir dann auch nicht nachdem der träger raus war dann eine neue position aufgebaut auch wenn auf dieses dach aufgesetzt hat denn folgendes ist ganz wichtig man muss sich gedanken machen über die marktpsychologie schauen sie wir haben hier diesen ausbruch gemacht wir sagen hier fängt sozusagen das ist unsere zone des ausbruchs und das ist die bewegung dann ist es so dass wir jetzt habe ich kleinen fehler gemacht so also ich wollte gerade sagen von der marktpsychologie nur von der ausbruchsbewegung her wenn der ausbruch sehr stark ist dann kommt er nicht so stark zurück und er sollte dann auch nicht unbedingt die anderen 60,8 prozent nach unten nehmen das bedeutet dass hier zu viele marktteilnehmer bereit sind hier ihre positionen vom tisch zu nehmen das heißt lieber geld zu sehen bedeutet hier gibt es wenig kaufinteresse in dieser zone wenn der markt dann sich schwach präsentiert und so ein detracement macht ist es auch weniger wahrscheinlich dass der jetzt hier in dieser potenziellen bewegung die nach oben kommt er anfängt ein höheres hoch zu machen deutlich wahrscheinlicher ist dadurch dass der jetzt hier das stärker nach unten gekommen ist es ein tieferes hoch bildet dieses tiefere hoch kann er durchaus machen also wenn man sich hier den zehn minuten chart anguckt wir sind hier in einem fallenden trendkanal und haben potenzial das hier bullisch aufzulösen in richtung 490 vielleicht sogar in richtung 5 dollar zu laufen das kann ich ihnen jetzt gerade nicht sagen vielleicht auch nur in richtung unserer einstiegszone zu laufen dann ist es aber eher wahrscheinlich dass der noch einmal hier in diese zone kommt ob er jetzt das dach testet oder noch mal die tieferen hoch bildet das heißt an die aufsteigende trendlinie läuft das weiß ich gerade nicht ich war es nur eins ich muss nicht zwanghaft an einer position festhalten wenn mir auffällt das hat nicht so funktioniert wie wir das gewollt haben ich muss aber auch nicht als trader panikartig jetzt das weite suchen das muss ich nur dann machen wenn ich die riesen chance sehe und das ganz große geld jetzt hier mit diesem trade mache und ganz viel geld da in den markt reinpacke dann habe ich auch gar nicht mehr die mentale fähigkeit den markt wirklich mit einem guten abstand zu analysieren und wir kommen gleich noch mal zurück zu newgold was ich ihnen nur sagen will ist damit man wenn so etwas passiert man die möglichkeit hat sein eigenes tun zu reflektieren es ist wichtig dass du eine vernünftige positionsgröße hast das ist glaube ich an diesem beispiel sehr gut zu erklären bleibt noch die frage offen was machen wir jetzt eigentlich mit diesem trade wir werden unser stop loss anpassen wir werden unser stop loss anpassen und gucken was der markt als nächstes macht wenn er weiter nach oben läuft wunderbar ziehen wir den stop loss nach ziehen den stop loss nach je näher wir uns der widerstandszone annähern desto enger werden wir unser stop machen die zeiteinheit vielleicht auch wechseln und werden hoffen dass wir mit einem kleinen plus plus minus null aus diesem trade rauskommen wenn er einfach weiterlaufen und sich ausstopft ja wunderbar sehr schön weiterlaufen wir sind mit dabei denn entscheidend ist falls der markt weiterlaufen will so wollen wir dabei sein wenn er doch hier den rücktritt antreten möchte mit diesem trendkanal wollen wir nicht dabei sein und wenn wir ausgestoppt werden der markt tatsächlich das was wir analysieren machen wir kommen noch mal zurück oder hierhin dann möchten wir dass er im bereich dieser besagten unterstützungen stärke entwickelt und wenn er das macht dann möchten wir noch einmal sehen dass der markt hier anfängt nach oben zu laufen und falls er dann die unterstützungen ob hier oder hier bestätigen sollte dann würde uns das noch mal interessieren etwas auf der bullischen seite zu machen kurzum nicht panisch werden nicht rausspringen nicht das große geld suchen am stop loss festhalten systematisch traden wenn du das immer wieder machst und nicht nur versuchst homeruns zu schlagen dann machst du nämlich nur wilde schwinger dann triffst du vielleicht drei von 100 möglichen trades das wären auch ganz tolle trades aber die anderen 97 da macht man große verluste wenn du das schaffst immer wieder versuchst zur ersten base zu kommen zu zweiten base zu kommen du schlägst mal daneben dann hast du die chance dass du am ende des jahres mehr gewinne machst als dass du verluste machst und manchmal fliegt das ding aus dem stadion eigentlich hast du es gar nicht gewollt und so funktioniert trading und dafür brauchen wir vernünftige positionsgrößen und selbstverständlich wann immer wir traden ein stop loss haben sie ganz herzlichen dank für ihre aufmerksamkeit wenn sie mögen sind wir selbstverständlich montag wieder für sie da mit einer neuen ausgabe zum dax zu den einzelwerten silvius für sie da mit einer neuen ausgabe zu den us-amerikanischen indizes wir haben die folge ausgabe für sie und selbstverständlich haben wir auch montag wieder auf die rohstoffe mein name ist hamad es nachsagen es bleibt mir nur noch ihnen zu sagen dass ich ihnen vom herzen wünsche dass sie hoffentlich alle 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 gesund bleiben und wenn sie mögen bleiben sie uns formations dayland doch bitte gewogen